So, wir wollen Spielstatistik. Oh, okay. Sitzung 20, tödliche Niederlagen 20. Ja, ich glaube, die Statistik wird nicht besser werden. Letztes Spiel, Level 2, 1, Punkte 41.000, gesichert durch Feuerfrosch. Das war echt doof. Gespeichertes Spiel zurücksetzen? Was ist das denn? Äh, achso, ich glaube, damit kann ich meinen ganzen Speicherstand löschen. Nö, das will ich nicht, danke. So, äh, Spiel. Nicht die Tagesaufgabe. Wir wollen erstmal üben. Also so ein, zwei Tode in der Mine. Und dann probieren wir die Tagesaufgabe. So, komm, holt ihr da? Guckt mal unten links hin. Ich hatte vor einer Weile gemutmaßt, dass die Striche hier mehr werden. Und sie werden mehr. Das ist ein sehr geiles, sehr kleines Feature. Ich freue mich schon bei Let's Play Folge 100 oder so, wenn die ganze Wand voll ist. Wenn irgendwann Striche auf den Strichen gemacht werden oder so. Na gut, gucken wir mal. Rein da? Bitte, bitte generier mir einen schönen Dungeon. So weit. Gut. Gut. Lalala. So. erschlagen durch ein stück gold das ist auch ein sehr interessanter tod erinnert mich ein bisschen daran wie ich das eine mal von dem goldenen idol getroffen wurde und wo ich es eigentlich runterschmeißen wollte und es mich ja getroffen hat okay da hätte ich unbedingt springen sollen hier ist irgendwie fast gar nichts ist das für ein dungeon so warte mal gucken ob hier irgendwo ich würde es schreien muss weiter unten sein ja komm her Quatsch. Geh, weg, geh, weg. Sauber aus der Luft geholt. So. Oh, da ist schon ein Ausgang. 3600 Gold. Nichts Ordentliches gefunden. Keine Blondine bisher. Oh, da. Ein Rubin. Du, wie mein es mag. Und eine Giste. Okay, okay. Das Riechen. Wir wollen möglichst nah ranbomben, um zwei Felder zu kriegen. Geh, weg. Jo, genau so habe ich mir das vorgestellt. Also, Prioritäten. Erst Maragd. Dann Schlange. Dann Gold. Dann du, weil du sonst Chaos anrichtest. Ja, 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 komm mit. So. Rüber, rüber. Na, äh. Lieber oben rum. Nicht, dass der Stein neuer uns auffällt. Und raus. Kein Risiko. Wir haben 8000 Gold. Das reicht. Und wir haben ein Küsschen. Und kein Lebensmut verloren. So. Da ist schon mal eine Flatternaus. Oh, Rubin. Das ist ein sehr guter Anfang. Jetzt hätte ich noch gerne einen Shop irgendwo auf dem Level und dann ist alles gut. Äh. Warum wurde die Flatternaus gerade abgeschossen? Achso. Da ist eine Steinfalle gewesen. Also eine Pfeilfalle. Oh, ein Bumerang. 3000. Äh. Schrotflinte 15.000. Nee, komm. Ich hole mir Bomben. Bomben kann man nämlich immer gebrauchen. Zum Beispiel, um zu Blondinendorten zu kommen. Das ist ganz schön tief. Von hier ist es nicht besser. Ich glaube, von der anderen Seite komme ich sogar auf den einen Vorsprung. Obwohl, warte mal. Wir haben 7 Seile. Ich probiere jetzt aus, wie es mit den Seilen ist, dass man sie nach unten wirbt. Oder auch nicht. Das war nicht schön. Oh gut. Wir müssen die Falle auslösen. Mhm. Wir wollen nicht in die Staffeln fallen. Du kannst wieder da geschoben werden. Plupp. Und dann. Ich lef mal da nochmal rein. Boom. Das war jetzt nicht so schön. Spinne. Du kommst nicht wieder hoch, richtig? Richtig. Sehr gut. Du kommst mit. Da unten ist nichts. Also lass mir die Spinne einfach Spinne sein. Schieb, 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 schieb. Komm mit. Und jetzt mal Akto müssen wir liegen lassen. Der Amethyst, oder? Was war blau? Der Amethyst. Die Truder will mich ködern. Okay, machen wir's auf die andere Art. Wir schmeißen die Bombe runter, zerstören die Stacheln und öffnen die Kiste auf eine andere Art und Weise. So, dich nehmen wir noch mit da drüben. Genau, dich. Und schon wieder ein Küsschen. Da sind wir bei fünf. Ja doch, langsam kommt ein wenig Routine rein. Also wenn nicht diese ganz blöden Tore dazwischen sind, wie die Stacheln am Anfang. Das muss echt nicht sein. Aber anscheinend brauche ich immer so ein Leben, um Domfehler zu machen. Danach geht's. Ich merke gerade, hier komme ich nicht raus, außer ich schmeiße eine Bombe. Na gut, dann schmeiße ich halt eine Bombe. Oh, come on. Hey, sehr schön. Sing, sing. Oh, ich hätte sehr gerne langsam Kletterhandschuhe oder irgendwas in der Richtung. Blondine irgendwo in Sicht? Nee, da sind nur die bösen Kopras. Okay, hier durch. Pju. Da oben wäre eine Kiste. Komme ich aber so schnell nicht wieder hin. Doch, warte mal. Ich spreng mich hier durch. Runter, runter, runter. So, dann muss ich die Fledermaus da rausbekommen. Muss ich die Fledermaus totbekommen. Mhm. Dann ein Seil. Also es verbraucht sehr viele Ressourcen, aber ich hoffe mir, es lohnt sich. Hier nochmal. Die schieben wir jetzt. Ich weiß gar nicht, ob du runterfällst. Nein, tust du nicht. Das ist ein guter Problem. Wir haben gelernt, man darf keine Bomben gegen Bombenkisten schmeißen. Auch nicht legen. Es geht nicht darum, dass die Bombe explodiert und die Bombenkiste entzündet. Nein, die Bombenkiste fliegt so in die Luft. Okay, schnell starten. Das war so ein schönes Leben eigentlich. Jetzt fangen wir hier in der leeren Karte an. Okay, ein paar Goldsachen liegen auf dem Boden, aber da unten wäre schick. Äh. Also die Bombe macht auf jeden Fall zwei nach links und rechts. Jetzt gucken wir mal, wenn ich genau hier eine Bombe hinschmeiß, ob die auch zwei nach unten macht. Ja, macht sie. Wupp, du kommst mit. Du kommst mit. Blondine? Nein. Hopps, hopps, hopps. Über die Stacheln schön schnell rüber. Hier? Oh. Komm. Ja. Hier habe ich gerade eindeutig eine Blondine gehört. Na, da. Sehr schön. Oh. Yeah, wir kommen ja gleich. Oh, ja, doch. Das Leben gefällt mir. Ich bin will. Zwölf Bomben. Achso, das war eine Bombenbox, richtig? Genau. Äh, alle. Hopp. So. Dich laden wir kurz ab. Kommst du mit, du mit. Da wird gesprengt. Wusch. Noch mehr Bomben. Äh, da drüben ist noch eine Kiste mit noch mehr Bomben. Ne, komm. Kletterhandschuh. Kletterhandschuh wäre ganz toll. Oder Seile. Seile sind auch gut. Wir können mal ein paar von den Bomben benutzen, um einfach so Ressourcen freizuschäffeln. 700 Gold. Oder auch nicht. Oh, Mist, da links lag noch was. Ne. Na gut, Küsschen. Ich höre Schlangen. Und einen Shop. Mit Bomben. Willst du mich veräppeln? Aber ja, wenigstens den Kletterhandschuh. Und nein, ich kaufe jetzt keine Bomben. Das ganze Knie. Runter. Nirgends ohne Gefahr. Ah, hier was zu holen. Da ist der Ausgang schon. Peitsch, peitsch, peitsch. Oh. Ach so, du kannst mich gar nicht treffen. Ist okay. Die Schlangengrube. Aber da springen wir uns doch mal rein, würde ich sagen. Und zwar hier oben. So. Peitsch, 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 peitsch. Oh, schau. Peitsch. Und boing. Peitsch. Und hier müssen wir gleich nochmal springen für die Peguxt. So. Kein Skelett. Sehr schön. Noch eine Seile. Ist da oben überhaupt irgendwas? Gucken wir mal. Wir müssen ein paar Goldenen müssen. Das passt. Uah. Passt schon. Können wir auch hier mitnehmen. So. Du. Ich bringe schon mal zum Ausgang. Sicher. Haben wir die Falle dort schon ausgelöst? Können wir kurz. Ja. Hat sie sie getroffen. Dann ist ja gut. Du. Keiner. So war es nicht geplant. Eigentlich wollte ich hier. Der Klebeanschluss ist noch recht gewöhnungsbedürftig. Lass. Los du. Genau. Ich wollte hier hinstehen. Wollte die Frauen nach hier schmeißen. Dann wäre sie aufgewacht. Nach da gelaufen. Dann wäre sie die Falle ausgelöst. Das war eigentlich der Plan. Aber. So geht es auch. Und ich denke mal der Geist kommt gleich. Weil ich so viel getrödelt habe. So. Wir würden gerne hier rüber. Hier rüber. Hier rüber. Wir würden gerne hier springen. Genau. Und dann würden wir dich gerne mitnehmen. Ja. Der läuft jetzt alles gerne den Rhythm unter. Lauf, 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 lauf. Oh. Das zieht sogar richtig Nebel auf. Das ist ja stylisch. Na. Küsschen. Wir haben sechs Leben. Schade, dass es trotzdem Instant-Tode gibt. Also nicht, dass man mal irgendwann zehn Leben hat. Dass man dann vielleicht mal einen Stachel überlebt. Das fände ich noch ganz schick. Sonst ist das doch ziemlich schmerzhaft. So. Du musst mal ganz kurz das da auslösen. Dann ist da oben eine Spinne. Die ignorieren wir. Und putzeln stattdessen hier runter. So. Dann kommst du mit. Schlüsseln. Ich weiß ja nicht. Erstmal springen wir dich. Dann werfen wir da eine Bombe hin. Das war auch ein bisschen gefährlich. Hier ist keine Blondine. Kramen wir uns hier durch. Da ist ein verrückter Shopkeeper. Den fassen wir garantiert nicht an. Oh, wir können damit nicht in der Luft werfen. Schlagen. Warten wir ganz was da. Ich will jetzt nicht wieder irgendwas. So. Okay. Da ist der Ausgang und die Blondine. Warte hier. Nicht, dass du weglaufen könntest. Aber wenn man so lange in Minen ist, dann spricht man auch mit seiner Spitzacke. Ja. Lassen wir los. So. Und wir müssten noch relativ viel Zeit haben. Das heißt, wir können uns jetzt umsehen nach Beute. Also mehr als so einen pupigen kleinen Colt. Na, Gata. Da war alles jetzt der Sebel. Die fällt mir gerade auf. So. Oh, da ist die Kiste. Zing. Das geht ja richtig ab. Zing, 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 zing. Oh, nicht erschlagen lassen. Danke. So. Aber ja, die Kiste hätte ich echt ganz gerne auf. Das heißt, wir müssen jetzt uns irgendwie. Bei dem Händler mache ich gar nichts. Das könnt ihr klicken. Der wird bestimmt wieder tollwütig. Bloß, weil ich zehn Felder von ihm entfernt irgendwas gemacht habe. Wir müssen die Kiste mitnehmen. Sonst müssen wir vielleicht zigmal laufen. Hops. So. Lauf, 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 lauf. Schnell laufen. Äh. Ja. Dahin. Wo war der Schlüssel? Ich glaube, der war relativ weit oben, oder? Oh, oh. Hände. Ähm. Ähm, 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 ähm. Dich hätte ich noch ganz gerne dabei. Raus, raus. Geist kommt von hier. Das ist doof. Wo, oh, oh, oh. Wie kriege ich den jetzt am besten ausgetrickst? Nicht, indem ich das mache. Ähm, ich stelle mich mal möglichst hoch. Kommt da hinten was weg. Ich laufe unten rum. Ich glaube, das ist die beste Methode. Komm hoch, komm hoch. Jo, 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 jo. Sehr gut. Und wir sind gierig, nehmen das Ding auch noch mit. Sehr schön. Wir haben zum ersten Mal den Geist richtig austricksen können und nicht panisch irgendwas falsches gedrückt. So muss das sein. Und ein kleiner Cut. Bis gleich.